Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 28. September 2021. Ihr hört Geek Talk Daily 1090, heute mit den folgenden Themen. OPPO 5G Router, Apple Fitness Plus, Spotify, Johnny Ive, Apple Maps und YouTube Music. Dann wollen wir doch gleich mal mit Neuigkeiten von OPPO starten. Ne, die haben nicht schon wieder ein neues Smartphone vorgestellt. Auch ist es nicht die dritte Uhr in diesem Jahr, Quartal, zumindest wearable. Ne, es ist ein neues Produkt und das ist ein 5G Router, mobiler, sie nennen es mobiler 5G Router, den man zu Hause im Büro oder wo auch immer betreiben kann, ausgelegt auf schnelle Geschwindigkeiten und vor allem auch auf fleissiges Nutzen. Er bringt nicht nur 5G bis ins Haus, wenn man dann in der Nähe einer Antenne steht etc. Er bringt auch den WiFi 6 Standard dann im Haus umher. Was noch nicht sicher ist, das muss ich noch zurückfragen, ob da auch Repeater mit an Bord sind. Logischerweise, man kann auch fremde Repeater dafür nutzen. Ich bin mal gespannt und hoffe, dass ich mir das Teil mal ein bisschen ausprobieren kann. Ich bin ja ein grosser und bekennender Fan der Fritzboxen, habe aber auch Netgear Router hier im Einsatz und immer wieder im Test und auch andere Hersteller, die ich fleissig teste. Und somit wäre natürlich auch spannend, das ein bisschen genauer anzuschauen. Aktuell schaue ich übrigens ein D-Link, mobiler 5G D-Link Router ein bisschen genauer an. Wer Fragen dazu hat, gerne an mich richten, kann ich es vielleicht noch einfließen lassen. Weiter geht es mit Apple Fitness Plus. An der Keynote zu California Streaming hat man ja angekündigt, dass man in weitere Länder ausdehnen wird oder sich ausdehnen wird und auch, dass neue Services etc. dazukommen. So ist es nun. Es sind neue Trainings dazugekommen. Was das genau ist, lest ihr am besten nach. Es ist mal ein bisschen was Ruhigeres. Link dazu auf daily.geektalk.ch oder im Podcatcher eures Vertrauens. Ich sage nur so viel. Pilates ist eines davon. Muss ich mal ausprobieren, wenn es dann endlich auch zu uns in die Schweiz kommt. Du hast iOS 15 oder iOS 14,8 bei dir installiert und hast Mühe mit dem Akku. Erhitzt sich dein Smartphone, also dein iPhone stark. Dann muss das nicht unbedingt an Apple liegen. Muss auch nicht unbedingt an Spotify liegen. Aber in Kombination könnte es sein, denn aktuell, zumindest hat Spotify bestätigt, ist man auf der Suche nach der Lösung, weil viele Nutzer sich eben beklagt haben, die nachgeschaut haben, die in den Einstellungen, was am meisten Akku verbraucht. Und das war eben unter den genannten iOS-Versionen aktuell Spotify. Warum das so ist? Wie gesagt, Spotify ist dran. Wenn nächstens ein Update kommt und oder ihr das Problem habt mit dem Akkuverbrauch und der Hitze, entweder Spotify nicht nutzen oder halt einfach ein Auge drauf halten, wenn das nächste Update kommen wird. Johnny Ive hat sich ja zumindest halb von Apple getrennt, geht jetzt eigene Wege, wird weiterhin für Apple arbeiten, aber auch eigene Projekte verfolgen. Unter anderem macht seine Firma, die auf den Namen Love From hört, für Airbnb-Geschichten. Das war ja, glaube ich, Ende letzten Jahres bekannt geworden. Nun kommt ein weiterer Deal. Mittlerweile arbeitet er oder darf er auch arbeiten für das Unternehmen Exor. Ist in der Luxusbranche tätig. Wer noch nie davon gehört hat, ist nicht schlimm. Wovon ihr aber gehört habt, ist die Company unter eben Exor, für die ihr arbeitet. Und das ist oder arbeiten wird. Und das ist Ferrari. Da bin ich mal gespannt, wann das erste Auto und vor allem, was am Auto da Johnny Ive mitbastelt. Spannend zu wissen ist vielleicht, dass Eddie Cue, der Senior Vice President of Internet Software and Services mittlerweile bei Apple bedeckt, ja für Ferrari tätig ist. Und das schon seit Jahren, zumindest da im Aufsichtsrat sitzt. Also somit wird da sicherlich auch noch ein bisschen nachgeholfen haben. Dann geht es weiter mit Apple Maps. Ich habe es heute schon kurz getwittert. Also was heisst heute, gestern? Aus der Sicht dieser Ausstrahlung hier. Genau. Apple Maps hat auch vor längerem angekündigt, oder vor kurzem angekündigt, dass eben neue Möglichkeiten kommen werden. 3D-Ansichten von Städten etc. Und die Neuigkeiten, eben die neuen Gebäude, die Beleuchtung etc., die Darstellung und so weiter. Und auch der Kugelansicht. Ja, liebe Flat-Earthler-Kollegen. Die Erde ist eine Kugel. Genau. Die gibt es jetzt auch. Und die ersten Städte, die da mit dabei sind, sind London, Los Angeles, New York City und San Francisco. Zumindest die Bay Area ist da mit dabei. Weitere Städte werden bis zum Jahresende folgen. Dazu gehört unter anderem Philadelphia, San Diego, Washington D.C. und noch ein paar, was ist das, kanadische Städte, Montreal, Toronto und Vancouver. Die sollen dann im nächsten Jahr folgen. Wer mal da ist, soll mir gerne das eine oder andere Bild schicken. Ja, ich weiss, ich könnte Apple Maps öffnen und einfach da rüber gehen. Aber ich würde es lieber dann auch vor Ort sehen. Macht mehr Spass, würde ich sagen. YouTube Music. Das war ja ein Schuss ins keine Ahnung wohin, als sie das damals gezeigt haben. Noch schlimmer war, dass man Google Music damals abgestellt hat und nicht mehr weiterverfolgt hat. Man sagt, man soll wechseln und man einfach die Wear OS Kunden vergessen hat. Die konnten nämlich kein Google Music mehr auf ihrer Uhr nutzen und konnten noch kein YouTube Music nutzen. Dann ging es fast ein Dreivierteljahr und dann mit der Samsung Galaxy Watch 4 kam es dann soweit. Es war da, die App exklusiv, nur eben für die genannte Samsung Galaxy Watch. Und jetzt beginnt Google das Ganze zu öffnen und sagt, dass es für alle Wear OS 2 Uhren und höher, also neuer, verfügbar sein wird. Nennt aber lediglich nur ein paar einzelne Marken, die Mombo wie TicWatch und davon mehrere Modelle, sowie die Fossil Generation 6. Schade, schade, schade. Google, bitte gebt ein bisschen mehr Gas in diesem Wearable-Bereich. Ihr könntet es, ja, vielleicht. Das war es mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Ich hoffe, für den einen oder anderen und die eine oder andere war etwas mit dabei. Habt einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.